Hallo zusammen, hier ist für euch wieder der Moritz von Session Music und für euch heute mit am Start mit mir zusammen ist aus dem Hause Universal Audio der LA610 Mark II. Und dieser Channel Strip ist natürlich in vielen Studios aktuell schon zu finden, wegen seinem unverwechselbaren Sound. Und was das Teil so alles mitbringt, wollte ich euch heute mal zeigen. Wir haben angefangen natürlich einen Röhren-Mikrofon-Vorverstärker, kann natürlich auch für Line-Signale genutzt werden oder ein Instrument, Bass und Gitarre könnt ihr selbstverständlich damit auch aufzeichnen. Dieser Vorverstärker hat ein paar interessante Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt einmal einen groben Gain, der also hier in vier Stufen geschaltet werden kann. Wir haben dann hier unten die Empfindlichkeit bzw. die Eingangswiderstände, die wir umschalten können. Also für Mikrofon können wir umschalten zwischen 500 und 2 Kiloohm. Dann haben wir Line-Eingang oder zwei verschiedene Schaltungen für den hochohmigen Eingang, 47 Kiloohm oder 2,2 Megaohm. Also das ist wirklich dann schon sehr hochohmig, wenn ihr wirklich da ein Pickup habt, der sowas verträgt oder der das braucht. Wir haben des Weiteren eine Pegelabsenkung um 15 dB, wenn ihr wirklich mal jemanden habt, der ziemlich krass in die Seiten haut oder sehr, sehr laut singt. Wir haben des Weiteren einen Phasendrehschalter, der nie verkehrt ist. Phantomspeisung darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann geht es auch schon weiter mit der Feinjustierung für den Eingangsscan. Also haben wir ein sehr, sehr schön großes Poti, was sehr fein auflöst, sodass wir da also wirklich sehr präzise pegeln können. Und in der ersten Sektion vom LR6 10 Mark II geht es weiter mit dem Equalizer. Channelstrip besagt ja, ihr habt nicht nur einen Vorverstärker, sondern auch noch andere Regelelemente, damit ihr den Sound schon bei der Aufnahme in eine bestimmte Richtung bringen könnt. Das Ganze hier mit mehr oder weniger zwei Bänden, wobei ihr diese Bänder umschalten könnt. Einmal hier für den Hochtonbereich 7 kHz, 10 kHz oder 4,5 kHz sind recht charakteristische Frequenzen, zum Beispiel 7 kHz für eine Snare recht gut geeignet. 10 kHz könnte man benutzen, um vielleicht bei Vocals noch so ein bisschen im Hochtonbereich was draufzusetzen. 4,5 kHz Durchsetzungsfähigkeit von der Gitarre, auch das könnte man anheben. Oder entsprechend natürlich auch diese Frequenzen, ja hier wieder gerastert, absenken um einen bestimmten Wert. Das gleiche gilt für den Bassbereich, da haben wir auch wieder drei Frequenzen. 100 Hz, 200 Hz und 70 Hz. Letzteres für die Bassdrum ganz interessant. 200 Hz, da könnte man bei einem E-Bass noch ein bisschen was reindrehen oder wenn es zu sehr matschen sollte, schon von vornherein auch wieder rausziehen. Ja, Sektion Nummer 3. Da haben wir natürlich den Kompressor und wir haben hier eigentlich nur zwei Regler. Die Universal Audio Kompressoren funktionieren fast alle nach diesem Prinzip. Wir haben ein Gain, das wäre eigentlich euer Make-Up-Gain entsprechend und vorher können wir natürlich hier noch sagen, okay, wo greift der Kompressor, also Peak Reduction, in dem Fall eigentlich euer Threshold. Ja, was haben wir noch? Wir können uns auf dem Meter, auf dem VU-Meter anzeigen lassen, entweder das, was der Preamp macht, ja, also Eingangs-Gain. Wir können uns die Gain-Reduction anzeigen lassen von unserem Kompressor oder den Output-Gain ganz am Schluss und wir können entsprechend am Schluss den Kompressor komplett bypassen oder ihn auch auf Limiter schalten, ja, dass die Ratio entsprechend so hoch wird, dass das Teil limitiert. Hier drüben, wie gesagt, VU-Meter, der euch den Pegel soweit anzeigt. Rückseite, wie bei den meisten Preamps, eigentlich recht unspektakulär, drei Anschlüsse, Line-Eingang, Mikrofoneingang und natürlich der Line-Output. Das Ganze symmetrisch über XLR und das Netzteil ist schönerweise intern. So, was kann man noch zu dem Teil sagen? Universal Audio baut ja nicht nur Hardware-Geräte, die sehr hochwertig sind, sondern auch Plug-ins auf der eigenen Basis der UAD-2-Karten. Das sind Karten, die eigene Rechenpower mitbringen, um die sehr aufwendigen Plug-ins, also auch Nachbauten der eigenen Hardware oder von Drittanbietern, sagen wir mal SPL oder auch NEV, ja, die dann über diese Karte berechnet werden. Und zurzeit als Bundle, ja, zeitlich begrenzt, spendiert euch Universal Audio die UAD-2-Duo-Karte, also mit zwei DSP-Einheiten, mehr oder weniger für, ich glaube, ein paar Euro mehr zu diesem Preamp noch mit dazu. Das heißt, sehr attraktive Kombination aus guter Hardware und guter Software, die sich auf jeden Fall mal lohnt anzuhören. Könnt ihr natürlich bei uns machen, beim Session und wenn ihr wollt, 33 Tage zu Hause ausprobieren oder innerhalb von 66 Tagen auch wieder gegen was anderes umtauschen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!